Was geht, WBK Sportfreund und Hetz? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, NoTimeMMA. Jon Jones hat endlich seinen neuen Kampf verkündet, er wird wieder kämpfen, aber anders als wir uns vorstellen, nicht in der UFC, auch kein reines MMA, sondern er wird im nächsten Monat einen reinen Grappling-Kampf austragen. Wahrscheinlich hat er so Bock bekommen, weil viele UFC-Fighter das gerade auch gemacht haben und ja, vielleicht möchte er sich so ein bisschen testen, möchte aktiv bleiben, vor allem im Schwergewicht sein, neue Power testen, wie er da so gegen andere mithalten kann. Finde ich eigentlich mega nice, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir so ein MMA-Fight-Announcement von ihm eher gekriegt hätten, aber ja, Grappling, auch Jon Jones einfach wieder in Action zu sehen, finde ich mega, mega nice. Sein Gegner wird Jack Hager sein, er hat die Behauptung erstmal zurückgewiesen, dass die beiden im nächsten Monat den Kampf austragen werden, aber jetzt haben beide das per den ganzen Medien, per Twitter und so weiter und so fort bestätigt, der Kampf zwischen den beiden wird stattfinden. Jon Jones meldete sich nämlich in den sozialen Medien zu Wort und behauptete nun, dass er am 9. Dezember in einem Grappling-Kampf gegen den ungeschlagenen Bellator-Schwergewichtler antreten werde, in Jack Hager. So, er sagte, Ich freue mich, ankundigen zu können, dass ich für die beste Grappling-Organisation der Welt, Fury Grappling, antreten werde. Am 9. Dezember werde ich in New Jersey gegen den WBE-Superstar und unbesiegten Bellator-Schwergewichtler Jack Swagger antreten, sagte Jon Jones auf Twitter. Dann wurde letztendlich gesagt, dass niemand den Namen Jack Swagger benutzt und erringt derzeit bei der AEW und nicht bei der WBE, wurde halt gesagt und da hat er sich so ein bisschen aufgeregt darüber. Jack Hager steht 3 zu 0 im MMA, hat bereits dreimal gekämpft, alle drei Kämpfe fanden unter dem Bellator-Banner statt. In seinem letzten Kampf bei Bellator 250 konnte Hager einen Split-Decision-Sieg über Brandon Kelton erringen. Also, da sieht man auf jeden Fall die Kaliber-Unterschiede im MMA, wenn man dann ein 26 zu 1 bzw. 26 zu 0, wenn man so will, Jon Jones halt da ihm gegenüberstellt. Natürlich, Jon Jones war auch lange inaktiv. Im Februar 2020 hat er zuletzt gekämpft, also es ist dann wirklich schon fast zwei Jahre her bei der UFC 247 gegen Dominic Reyes. Da hatte er durch eine einstimmige Entscheidung den Kampf gewonnen, obwohl der Kampf sehr, sehr kontrovers angesehen wurde und viele gesagt haben, hey, Dominic Reyes hat den Kampf gewonnen. Jon Jones hat ihm nie das Rematch gegeben, einfach aus dem Grund, weil er Angst hatte, weil er wusste, er wird den Kampf verlieren und, und, und. Und jetzt ist Jon Jones natürlich seit Monaten, seit einem Jahr schon viel am Reden über den Schwergewichts-Move, dass er Friends in Gano kämpfen will und da natürlich den Titel haben will, für eine gewisse Summe, ordentlich Geld verdienen will und so weiter und so fort. Und ja, ein paar Monate später gab Jon Jones dann damals auch seinen Titel im Halbschwergewicht ab und möchte nun den Lauf ins Schwergewicht annehmen. Ich denke, das möchte er so jetzt machen, diesen Grappling-Kampf, um ein bisschen wieder reinzukommen. Den Flow zu finden, das Gefühl zu finden, wie man im Octagon performt und so weiter und so fort. Aber ja, da müsst ihr mir mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Lasst euch wissen, wie es da weitergeht. Ansonsten, lasst doch mal unbedingt gerne Like und Abo da. Bis zum nächsten Mal, hier bei NoTimeMA.